Es wird jetzt langsam deutlich, Zenecas Neuzugang hat wirklich was drauf. Aber gut sein in ein paar Rennen heißt nicht, dass man überall bei GRID Erfolg haben kann. Naja, immerhin machen wir Worlds Konkurrenz, nicht wahr? Und Marcus Ardow steht unter enormem Druck. Er braucht dringend Resultate in dieser Saison. Ja, ich weiß. Wenn wir nicht so weitermachen, ist alles egal. So ist es leider. Wenn Seneca diese Saison kein Wunder vollbringt, dann war es das wohl mit dem Team. Nein, nicht Optimismus. Zuversicht. Das, was euch fehlt. Yumi Tanaka scheint heute eine gute Chance zu haben, mit den meisten Punkten nach Hause zu fahren. Aber Nummer 22 wird auch auf der Jagd sein. Du musst mindestens auf Platz 8 abschließen. Viel Glück. Ich habe ein Reifen verloren. 22, du musst für uns beide Punkten. Pass auf, du hast eins deiner Gegner zu sehr gereicht. Die Yumi ist raus. Du musst unbedingt im Rennen bleiben. Ich bin völlig dabei. Ich bin völlig weg. Gut durchgehalten. Bleiben Sie hier im Bereich. Erwartet sich durch die Berutsche in Adler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.